gut dann spielen wir da doch gerne auch eine runde survival great ganz außen sechs leute schauen uns jetzt scheinbar zu ich heiße alle herzlich willkommen alle fünf alle alle zwei darunter es 128 aber ich finde ich finde super wenn die leute uns zuschauen natürlich grau 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 besser uns als anderen immer immer ist ja klar ne und am ende vom stream wo ist gelb ganz außen so plusse da gab es harte zerstörung ja ich stehe auf einem einzelnen block grün 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 ganz außen oder ziemlich weit außen du musst zum schluss noch hüpfen dann schaffst du vielleicht ne ich hoffe dass es ja kurz meine helligkeit angemacht und nachgeguckt ich habe noch so so ein kleines hilfe tool da kannst automatisch alles komplett hell machen jeder block voll erleuchtet und dann siehst noch viel besser ja sowas hätte ich auch ganz gerne ja das ist knapp war vorhin vorhin hatte ich echt eine gute runde oder oder eine coole situation da musste ich irgendwie auf grau kommen und hüpft grad noch so dass ich auf den letzten pixel von dem blog drauf kommen und habe es dann doch tatsächlich geschafft da war ich ziemlich überwältigt habe ich habe echt nicht erwartet dass ich da dass ich da eine ansatzweise hinkommen aber es war war echt so das allerletzte bisschen green jetzt wird es jetzt wird es dann richtig schnell jetzt wird es dann irgendwann nur noch ein glücksspiel genau an die du machst werbung vor uns das ist toll i like oh shit was es hat gelegt nein es hat echt kurz gelegt jetzt muss ich mir das doch ja dann spielen wir ein bisschen survival games jetzt mann 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 das war jetzt echt unnötig oder hat mein brain ein lag gehabt was tun wir das war jetzt ichake